Willkommen zurück bei The Last of Us Remastered und mit dem kleinen Dumprider müssen wir ja einen Hirsch fangen jetzt. Schauen wir mal wo der sich rumtreibt. Da ist er! Da ist er! Sehr geile Gegend wieder muss ich sagen. Oh, da müssen wir sogar aufpassen wo wir hintreten. Da knirscht es im Gebälk. Sehr geil, das Wasser zugefroren, oder? Das Eis knirscht sogar wenn man drauf geht. Mega geil! Gefolgt mir sehr gut das Detail. Da ist er! Wir schleichen uns jetzt an den... Wind geht anscheinend keiner, wo er uns riechen kann. Wir haben allein einen Bogen. Ich habe gerade probiert ob wir eine andere Waffe haben. Wir haben allein einen Bogen. Ich habe gerade probiert ob wir eine andere Waffe haben. Wenn wir jetzt da hinter den Baum da gehen. Wenn wir jetzt da hinter den Baum da gehen. Dann werdet ihr uns wahrscheinlich sehen, hm? Ich würde mir ja nicht gerade gern mit dem Pfeil in den Ohr schießen. Oh nein. Das ist näher von der Seite. In der Herz. Okay, das war einmal. Ich höre. Ich höre. Aber ich weiß nicht wo er ist. Da steht er. Der Junge. Er lauscht einmal da vorne. Er weiß natürlich, dass wir da sind. Sehr schön auch, dass man den Specht hört. Hört man wieder den Schnee vom Baum herfliegen. Also sehr geile Stimmung gemacht da. So, Mr. Hirsch. Ohr ist leicht lädiert. Ich habe schon wieder einen kleinen Verdacht. Und zwar, dass das Spiel uns da den Wald entlang treibt. Mit der Verfolgung des Hirsches. Und dass da dann irgendwas passieren wird. Infiziertentechnisch meine ich jetzt. Und jetzt. So ehrlich ist gleich Modus. Wo ist er? Ja wo ist er jetzt hin? Ich höre auch nicht. Ich höre auch nicht. Hm. Wo müssen wir da oben wieder? Ja. Schnee gefällt mir sehr gut. Ja. Wo ist denn der jetzt? Da waren wir ja schon, oder? Okay. Der ist da hinten unten. Und wir können da nirgends aufhören, oder? Da hinten wird unser Anzug. Okay. Jetzt sind wir gerade da sehr spannend da rumgelaufen. Wieso lebst du noch? Okay, da geht es weiter. Schleichen oder? Wieso lebst du noch? Ja, das frage ich mich auch zweimal. Ah, da liegt Blut einmal von ihr. Ich hoffe, das lockt da keine Monster an. Und da ist er drüber. Und mir schwand Böses. Okay, da ist er mal definitiv gelaufen da. Was ist das für ein Ort? Ja, Eili. Das werden wir jetzt leider rausfinden, wir zwei. Vor allem tut man das da überhaupt nicht. Nur mit einem Bogen bewaffnet. Ich glaube, das glaubst du auch nicht einmal selber, Eili. Weil ich hab's da auch nicht geglaubt. So. Da liegt er. Der Gude. Natürlich hat er sich wieder genau in das Gebiet da einer retten können. Wow. Ich hab ganz ein ungertes Gefühl. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ähm. Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja. Vielleicht können wir dir... dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen und... Ich geh nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen... wir uns vielleicht da hinten unterstellen. Dann nimm ihn mit. Na also... Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Ähm... Wie heißt du? Warum? Okay. Ich verstehe. Es ist nicht leicht. Ein paar Fremden zu vertrauen. Und... Und der Verletzte. Du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay. Ich... Ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Okay. 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 Action geht wieder weiter. Aber hauptsache der Loki. Durchsucht zuerst einmal. Alles. Okay. Das war sehr gut. Der Schuss muss setzen. Ich kenn das schon. Hinter dir. Infizierte hier. Oh oh. Stark, Helle. Das ladet so schlecht nach. Ach. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Ja, wer gesagt, die Ellie ist ein Scharfschütz im Boden. Hilf mir mal. Na los, na los. Da kommen welche. Oh ja. Boah. Boah. Oh, danke. Klicker. Der war mal geil. Scheiße Klicker. Ah. Wieder nicht nachladen. Das ist so langsam beim Nachladen. Das Jackgewehr. So, haben wir das schon rumgeschoben. Passt. Nichts hier drüben. So, drei Schuss sind rein. Das passt. Da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Nachladen für den Klicker. Nein, warum ist jetzt die Waffen wieder weg? Wir sind sehr viel drin. Wir sind sehr viel drin. Komm her. Munition nehmen wir. Einmal Medibag, 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 Medibag. Boah, der braucht nicht lange. Okay. Ja. Verdammte Klicker, hey. Das mit dem Jackgewehr ist so wachs. So, Nachladen haben wir schon. Passt. Munitionstechnisch für Waffen. Da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich seh's. Und liebe Freunde, das tut mir leid, der Daima, der Daima. So, wenn's getaugt hat, Abo da lassen bitte. Kommentar oder einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bei der nächsten Folge.